Hallo, ich bin Elina, und ich bin die Fabi. Und also, ich finde meine Erwartungen nur dafür. Wir konnten Interviews machen und es selber zusammenscheiden. Wir haben ja viele Meinungen von verschiedenen Leuten gehört, die zu dem Thema stehen. Also ich finde, dass das Projekt Spaß macht. Ich finde, es macht schon besser, als wenn jetzt irgendwas in der Kamera festgemacht hätte. Also ich brauche mich auch, dass es besser ist, wenn die Leute darauf reagieren. Ich finde, viele reagieren darauf schon tief. Ich würde mich auch gut ausprobieren. Also ich bin für das Demokratie. Ja, es sind ja viele über Demokratie erfahren. Man kann das einfach auf einem bestimmten Bereich abrennen von der Demokratie. Das findet ja eigentlich schon unterschiedlich an. Bei Klassensprecherwahlen oder auch zum Beispiel bei ausländischen Mitbürgern. Also wenn die zum Beispiel keinen Tag haben, dürfen sie nicht wählen. Also zum Beispiel bei Studenten. Und es ist Demokratie. Also das kann man einfach nicht einfach mal einschlagen. Sondern man muss immer alles gucken, in welcher Situation in welchen oder in welchen Bereich man es will. Das ist so ähnlich. Ich finde, Demokratie ist eigentlich auch überall. Und jetzt zum Beispiel durch Medien kann man es erst recht zeigen. Und es allen mehr finden kann. Nicht nur durch Fernsehen, sondern auch eben für dieses Projekt. Also ich fand das Arbeiten mit dem Mikrofon am Anfang ein bisschen gewöhnungsverdürftig, weil ich davor noch nie so gearbeitet habe. Aber nach einer Weile ging es erstmal nicht so schnell reingewöhnt. Es hat auch ziemlich viel Spaß von meinen Worten zu machen. Ich fand es auch schön mit dem Mikrofon zu arbeiten. Weil man hat selber den Kontakt mit dem Menschen unterhalten. Ich finde es so bekommen, dass man viel besser gefunden hat. Also der Meinung.